So meine Süßen, ich möchte jetzt die ganzen Fliesenbewegungen, die wir in 1, 2 und 3 hatten, jetzt miteinander verbinden. Wir hatten den Mondkreis, wir hatten die instrumentierte Acht und wir hatten die Schleife. Und das lässt sich wunderbar im Tanz miteinander verbinden und das lässt sich dann fließen Bewegungen und ihr werdet es genießen. Legt euch hierfür bitte eine schöne Musik ein oder nur die, die ich jetzt habe, die ist auch wunderbar. So, wir fangen an mit dem Mondkreis. Achtet drauf, steht an den Stich, steht auf dem ganzen Fuß und steht im Becken, Becken ist aufgerichtet. Nochmal Haltungen annehmen, Schultern runter und es geht los. Wir gehen in die Schleife. Wenn die hier angekommen sind, können wir die dann in den Mond zurück. Zurück und die Achtziehen. Aus der Acht, durch die Schleife. Und hoch in den Körper halten und in die Klamour halten. Und wir gehen in den Mond. In die Acht. Aus der Acht kommen wir in die Schleife. Aus der Acht kommen wir in die Schleife. Aus der Acht. Aus der Acht kommen wir in den Mond. Und in den Mond. In die Schleife. Zurück in den Mond. Und nochmal das Erzt zurück. Aus der Acht. Aus der Acht kommen wir in die Schleife. Achtet darauf, dass er zum Schluss immer schön aussieht. Das bleibt im Gedächtnis. Ich wünsche viel Spaß.